So, willkommen zurück in Folge 2 hier mit The Forest. Simon und Paul sind immer noch am Holzstämmerhacken. Holz sammeln, so sieht's aus. Oh, wo ist der Schlitten denn? Es ist so dunkel. Und ich baue den ganzen Mist hier rein. Wir sind doch gleich wieder raus, Simon. Du kannst da weiter beladen hier. Ey, ich bin ja am beladen, aber... Schneller! Das Ding ist, es ist so scheißdunkel, wenn man nach oben... Du hast auch ein Feuerzeug. Ja, mit L. Ja, aber das muss ich ja jetzt nicht dafür verbrauchen, oder? Es verbraucht sich nicht. Du hast ein unendliches Feuerzeug. Das hab ich. Na ja, Gott, dann hol ich das mal raus. Äh, nein. Wo hab ich das? Ach, hier. Leiter. So bauen wir echt scheiße schnell, ne? Das ist echt gut. Ja. Denk dir bloß keine Stämme mehr. Ach, Entschuldigung. Also jetzt mal ganz ehrlich, Paul. Das ist ein bisschen langsam bis dem Jahr geworden. Auf deine alten Tage. Den Bug durften die auf keinen Fall fixen, ey. Der ist zwar extrem unrealistisch, aber... Ist egal. Das ist viel zu schön. Da steht ja noch ein Baum. Total übersehen. Auf dem Boden sieht man echt, wenn irgendwas rumliegt, man sieht das nur an den Zeichen. Das ist richtig schlimm. Ich werde... Oh, wir haben Besuch. Ehrlich? Ja. Oh, na eben. Ach, ganz ruhig. Der Simon, der lockt die alle an. Ja, ja, ich mit meinem Feuer. Ich löse mir. Rammt ruhig. Woll man... Woll man zerstören? Na, du hast eh noch vorne in da hinten. Nimm ja den, der flüchtet. Ich will den Simon nie zerhacken jetzt hier. Ah, ich hab ihn. Bei mir lebt der zum Beispiel noch. Ne, ne, ich... Bei mir lebt der auch noch. Ich dachte bloß, der hat grad so gezuckt. Wo ist er denn jetzt hin? Oh, hier vorne. Oh, hier liegen noch zwei Stämme. Flüchtig. Wo ist denn der? Ist der umgefallen? Ja, der ist tot. Hab hier noch zu tun. Wir können auch dann mal ein... Ein FIG aufstellen. Das wär ich... Das wär ich da mal machen. Da haben wir ja genug. Warte? Jetzt ist er tot. Okay. Ne, warte, ich muss nochmal zerstückeln. Ganz wichtig. Ja, sammel mal die Körperteile auf. Ich bin schon voll. Oh, jetzt auch hier. Hier ist noch einer. Hier muss noch irgendwo einer sein. Ne, ich hab... Ah, hinter dir. Ich seh ihn. Jetzt ist er bei mir. Ich würd sagen, wir wollen klein large Apogee, oder? Ja, klar. Ich fahr das mal hier unten hin. Das hält die... Das hält die Leute davon ab, uns hier... zu bedrängen. Ist die Galorie... war zugeschlagen. Wenn mein Feuerzeug ständig ausgeht. Ei, 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 ei. Minder in Qualität. Ist halt kein Sippo. Ist halt kein Sippo noch. Richtig, genau. Hier, nimmst du auch mal wieder Baumstimme weg? Sag mal. Vom Wagen? No? Ich bin grad selber am Hacken. Es tut mir leid. Ah, dann mach ich das. Auch hier Arbeitsabwechslung, oder was? Ja. Ja, genau. Da haben wir was anderes zu tun. Schicksal. Das ist witzig. Da siehst du mal ein paar andere... Das Dumme ist natürlich... Ach, beim Paul ist der Wagen auch dort unten, oder was? Ja, klar. Der, weil er noch nie weggefahren hat, seinen eigenen, quasi. Weißt du, wir haben ja alle drei ein Abbild von dem Wagen. Das ist so cool. Ja, da muss ich ja meinen eigentlich auch hochfahren. Wenn der Paul das jetzt machen will. Richtig. Ich würde meinen ja auch irgendwo stehen. Im hohen Gras sieht man den gar nicht so gut. Da muss ich ganz ehrlich... Da kommt ein Stein geflogen. Ich nehme mal meinen Wagen mit. Mein Abbild des Wagens. Ja, das ist ja richtig. Neun Köpfe für das Ding. Wie der rumbackt. Ist so geil. Ja, wenn du schiebst, ne? Wenn du irgendwo der Gegenraum bist, oder so. Ist schon cool. Hast du noch Köpfe einstecken? Äh, ich habe... Der tat einen Kopf dabei. Ah, ist ja auch nicht gut. Einen Kopf und Beine und Arme. Ich bin schon wieder hängen geblieben. Wie ich hier überall hängen bleibe. Hier ist doch noch ein bestimmter Weg. Äh. Ich hacke auch mal wieder ein. Wie viel brauchen wir denn noch? 27. Ach, hier unten steht es ja. Die ganze, wird mir angezeigt, Mensch. Ich hätte gar nie gedacht, dass das das ist. Da unten wird angezeigt, was man für die gesamte Baustelle noch braucht, oder? Außer die Effigies. Genau. Die werden nicht angezeigt. Ich glaube, ich brauche mal hier eine Soda. Wie ich nichts sehe im Inventar, ja. Ich muss wirklich im Licht stehen. Oh, hier. Ich höre schon wieder welche. Hier sind irgendwo welche. Ich nehme noch einen Soda. Ist jetzt egal. Wo sind denn die? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nur gehört. Ja. Oh. Oh Gott, hat mich das gerade erschrocken. Ich habe gerade so ein Einschlaggeräusch, wirst du? Gerade ganz dicht neben meinem Ohr. Oh, bei mir. Oder? Ja, bei mir. Ich habe nur Gawking gesehen jetzt. Hier ist er. Ah, nein, eben. Warte, ich rette dich. Ich rette dich, Paul. Die sind doch eigentlich nie alleine, oder? Ich ne, ne. Aua. Ach, Paul. Was rennst du mir auch in die Axt? Ganz ehrlich mal. Was rennst du mir auch in die Axt? Au. Ich sehe nichts. Ich irre hier rum. Das ist der Wahnsinn. Wir müssen noch noch Stämme liegen. Ach, ich habe den Baum ja noch nie fertig gefällt. Eiße. Ich mache jetzt auch mal Licht an. Das geht einfach nie anders. Gut. Ich glaube, ich muss gleich wieder was essen. Ja, das ist wirklich. Baumfällt. Das ist ganz schön groß. Boah. Wow. Also an dem Hang ist es echt ganz schön ungünstig, Holz zu fällen. Na gut, es rollt eben alles zur Baustelle quasi, ne? Ähm, der Paul, der hat jetzt glaube ich einen vollen Wagen zum Verbauen. Ja. Ja, das ist richtig, ne? Ich will dir auch gleich wieder ein bisschen nach. Wie ich schon wieder Hunger kriege? Schon wieder halb leer mein Magen hier. So viel brauchen wir nochmal. 16 Stück noch. Dann haben wir es. Nutzen. 13. Schmeiß euch mal einen Stein runter. Ich weiß nicht, ob der irgendwo aufkommt bei euch. Aua! Oh! Hey! Penner. Das sind die schlecht gemacht. Hier lagen noch Arme rum. Wann? Ja. 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 Die dingen überall noch Körperteile. Ich war vorhin voll mit Körperteilen. Komplett zersplattert den Düben. Ich fäll mal mit. Ja, das ist schon da. Ich weiß nicht, ob wir uns da treffen. Ich hab Angst. Ja, ich hab auch ein bisschen Respekt davon, muss ich sagen. Baum fällt. Ich bin hier los. Der Wagen ist leer. Ja, wir sind ja schon dabei, Paul. Jetzt mach mal hier. Mach mal ganz ruhig. Hä? Hast du überhaupt einen Stamm genommen? Wo sind denn die alle hin? Ich hab schon zwei hier beladen. Ach, hast du den hier hochgefahren? Oh, ist Hotel. Meiner steht so weit unten. Sehr schön. Oh, ein listiger Lurch. Oh, es war Tag neben. Oh, die soll nicht auf... Nein! Ich bin nicht weg. Ist das nicht schön, Freunde? Das sieht richtig geil aus. Ach ja, ey. Wirklich. Ein Augenschnaus. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, jemand freut sich so sehr. Oh! Alter! Der Wagen gerade, aber wie er weggebackt ist. Ist das gut, ey. Komm mal, guck, hochgerast. Guck mal, Beini, jetzt mal ganz ehrlich, was hab ich denn bei dir gerade in der Hand? Warte. Du hast bei mir folgendes in der Hand. Ein... Warte. Ein pinken Dildo. Ach so? Ne, nichts. Aber du hast die Schubkarnposition auf jeden Fall. Okay. Warte mal, ich kann das ja auch mal machen, da siehst du, wie das aussieht. So sieht das aus. Total bestochen. Ja, du hast einfach nur deine Arme runterhängen, ja. Genau. Ja, okay. Ziemliche Scheiße. Jupp. Aber passt. Brauch mal, wie viel Stämme braucht man da unten, Paul? Zählen. Ach so, ist das schon aus dem Wagen? Ne. Zwei Stück. Doch. Ey, meiner war leer. Echt? Ne, meiner nie. Jetzt ist er leer. Ne, meiner war auch nie leer. Oh, Simon. Was? Lass dich getroffen, oder was? Ich krieg Splitter in die Augen. Oh, und deswegen holst du wieder, ey? Ja. Meine Güte, ey. Ich werde dein wunderbares Antlitz noch lange sehen dürfen. Das ist natürlich richtig. Kannst du mich ja nie abblinden lassen. Müssen. Ne, ich mag den Simon. Auch optisch mag ich den Simon. Oh, pass auf! Fuck! Oh! Der hässliche... Sie steht in meinem Wagen drin. Stopp! Wo ist mein Wagen eigentlich? Stopp! Und ich will dich schnell mal ablegen. Wo ist meine Schubkarre hin? Ich find's Sinn. Oh, der kommt auf dich zu, Beini. Ne. Aber doch. Sie ist wieder... Oh, ne, ne, ne. Ich kümmer mich um sie. Ah! Tut mir leid, Paul. Ich hab meinen Wagen verloren, ne. Ich weiß nie, wo der ist. Ich seh ihn einfach nicht. Oh, schief. Ein Stück braucht man noch. Wie wurde es? Irgendwann welche rum? Ja, ja. Hier rollt einer. Hier sind auch noch zwei. Reicht. Gut. Haben wir's. Haben wir's jetzt endlich, Mensch. Haben wir das Hüttel fertig. Gut, dann... Ach, ich lass meinen Wagen gleich oben stehen. Ehenholz ist ja noch im Wagen, ne? Oder? Da liegt nur eins... Äh, hier liegen noch zwei. Ich bring sie mal mit runter. Ist schon fertig, ist schon fertig. Ja, aber trotzdem kann man sie ja auch... Sehr schön, Freunde. Ich hab's noch nicht gesehen. Ja, und dann werd ich gleich mal speichern. Und ihr nicht. Achso, okay. Immer nur das Server-App. Jetzt habt ihr ein Standbild. Ich hab schon mal ein bisschen hier an unser Abwehrtotem Zeugs reingesteckt. Ach, ich wollt mir ja... Ich wollt mir ja ein Lurig backen. Feuerbrennt immer noch. Oh ja, ich muss auch unbedingt. Aber man sieht... Man sieht das andere in Lurig nie, ne? Nee. Doch, du hast innen ne Hand. Aber nie im Feuer. Jetzt hab ich einen reingelegt. Ich seh ja nur einen drin. Oder die liegen vielleicht ineinander. Steht grad gar kein Name drüber. Und das ist der Paul? Bei dir, Simon? Naja, ist ein bisschen versetzt. Dein Name... Ja, dein Name ist immer ein bisschen... Ein bisschen seitwärts. Was ist denn der Stamm her? Weiß ich auch nicht so richtig. Ich hab hier grad zwei hingelegt. Für unseren Eingang. Ich lag ja die mal im Haus. Nee, wir können uns so einen Lockholder... ...und so einen Scheiß bauen. So ein richtiges Lager dafür. So, okay. Ähm, kann da mal ein anderer jetzt die Baupläne hinsetzen? Ja, ich will auch mal. Ja, mach mal. Wo war ja jetzt Feuerzweck an? Äh, Building-Menü. Press B to open Survival Book. Genau. Da hast du... Okay. Äh, Storage oder was? Und dann Stickholder... Lockholder. Locksled. Nee, Locksled haben wir schon. Lockholder. Na dann. Wo soll der hin? Der Locksled? Nebens Häuschen? Einfach direkt daneben, nur. Wurde ich schon sagen. Wir passen da rein nicht viele, oder? Sieht so. Was ist denn das? Leg mal den da vor. Wir machen das hier so als Abgrenzung quasi. So machen wir das. Was ich hingebaut hab, ist ein Drying Rack. Kann man Fleisch trocknen. Ah, okay. Kann ich da direkt mein... Achso, muss ja erstmal gebaut werden, logischerweise. Kann ich da mein Lurch dranhängen, oder was? Bestimmt, nein. Dann kann man das bestimmt auch dranhängen. Ja, dann kannst du bestimmt auch dein Lurch dranhängen. Mein Überall... Nee, der passt da nie rein. Der passt da nie rein, Simon. Das geht da nie. Nee, ich weiß schon. Ich weiß schon, Weini. Waren wir schon Lockholder für meinen Lurch. So, wir brauchen jetzt Trinkma-Sticks. Haufenma-Sticks. Mal wieder auf ein angenehmes Thema zu wechseln. Obwohl natürlich das Thema nicht schlecht war. Oh, Mann. Wie kann ich denn meine Ausdauer außer mit Getränken schnell wieder erhöhen? Mit Essen. Ah, apropos Essen. Gut, dass du es sagst. Scheiße, ich glaube, mein Lurch ist verbrannt. Ja, der ist gut durch jetzt, würde ich sagen. Ey, jemand hat mir weggegessen. Nee. Nee, der verschwindet dann einfach, wenn er verbrennt. So, scheiße. Ist mir auch schon oft passiert. Wie oft muss ich denn das Feuer machen, bis es anbleibt? Was ist denn eigentlich jetzt geil? Das bleibt eigentlich recht lange an. Das ist eigentlich die ganze Nacht durchgebrannt. Bei mir geht es jedes Mal wieder aus, wenn ich es anmache. Es ist ja nie aus. Klimt doch. Ach, ich will die Loks nicht mitnehmen. Ich will sie dann runterwerfen. Ey, wenn ich jetzt hier drücke, ne? Dann sind die einfach weg, wenn ich die wieder ablege. Äh, kurze Sache. Es ist aus. Mach's wieder an. Es geht ja nicht. Du musst das Feuerzeug in die Hand nehmen. Ja, ich sag doch, ich mach ständig wieder an und dann steckt das Feuerzeug wieder weg. Dann ist es wieder aus. Ja, dann wird es schon am Regen liegen. Vielleicht. Es ist schon die ganze Zeit so. Der Regen hat doch gerade eben was eingesetzt. Wie der Loh hier gerade? So, ich hab jetzt Feuer an, schnell C gedrückt und jetzt guckt er. Versucht zu fuhren. Guckt er dann immer noch? Hä? Ich raff das nie. Da geht's ja wie mir. Ne, pass mal auf. Ich hab gerade ein übelst Behinderten-Bug. Ich hab die Loks in der Hand, ja. Wenn ich die ablege, verschwinden die einfach. Und jetzt kann ich, egal wo ich bin, aufheben, E drücken und hab die Stämme wieder in der Hand. Das ist überhaupt nie cool. Das ist richtig bescheuert. Oder seht ihr, äh, Simon, guck mal bitte, ob ich jetzt gerade hier Stämme... Ja, du hast Stämme in der Hand. Jetzt hab ich sie abgelegt. Liegen die bei dir jetzt irgendwo? Äh... Ne, ne? Pass mal auf, da mach ich jetzt Apacadabra und hab ein Zauberer, die hat zwei Stämme. Jetzt, Alter, jetzt hast du zwei Stämme hinter dir. Nein, die hab ich gerade hingeworben. Ey, das sah aber 1 zu 1 gerade danach aus. Äh, wie lustig. Also wir werden die, ich werd die wohl ohne Lockholder nicht mehr los, die Stämme. Simon, dein Lurch, hast du den jetzt schon? Ja, jetzt hab ich endlich... Ich hab jetzt meinen Lurch, ja. Gucken, ob ich hier irgendwo noch ein paar Äste finde. Ja, Sticks brauchen wir auf jeden Fall. Ja, oben liegen noch ein paar auf dem Berg drauf. Ja. Ich find auch den, den, den Rasen hier oder dieses, diese Verwilderung auf dem Boden, die ist cool so. Ja, auch wenn sie eben sehr sichtbehindernd ist, muss man zugeben. Das stimmt. Und die Weitsicht ist jetzt auch nicht, ich weiß nicht, ob es an den Einstellungen liegt, aber ich hab ja nicht alles auf Max. Das ploppt schon manchmal ganz schön auf, wenn du in die Ferne guckst. Hier liegen noch ziemlich, Alter, hier liegen noch übelst viele Locks rum. Die ganzen Hangrunde am Felsen. Wie viele Locks. Die liegen noch Sticks. Ja, ich versuche auch gerade welche aufzutreiben, aber... ...die auf dem Berg liegen ganz schön. Ganz schön viele. Kann man eigentlich auch wieder was auseinanderbauen? Nee, ich... Also nie, dass ich wüsste, auf jeden Fall. Hab ich noch nie probiert. Wüsste ich auch jetzt gar nicht, wie das gehen sollte. Der Axt. Nur mal einfach mit der Axt drauf einschlagen. Richtig. Die Sticks wieder zu Sticks machen. So baut man ja heutzutage Sachen auseinander. Mit einer Axt. Ja, mach ich das öfteren. Wow. Hase. 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 Ist hier noch irgendwas? Nee. Ja, stimmt. Sticks. Habe ich jetzt noch ein ganzes bisschen. Ich habe zehn Sticks. Mehr kann ich ja, glaube ich, sowieso nie tragen. Da gehe ich die erst mal einbauen. Da gehe ich die erst mal einbauen. Du schwein. Das sollte ich gerade machen. Hast du es wirklich gesehen? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du das gleich so mitbekommst. Wie geil die Liga vorbeifliegen. Ach, das freut mich. Das ist schön. Ach so, zehn Sticks. Mehr kann man nicht tragen. Ähm. Ja. Leider nicht. Ich würde jetzt gerne auf meiner Holzrutsche so den Berg runterrutschen. Gut, da ist der Lockholder jetzt auch fertig. Nee, ist ja gar nicht der Lockholder, oder? Doch. Doch, doch, doch. Ja, hier kann ich schon rein. Habt ihr ein Seil gefunden, zufällig? Seil? Ja, das andere Ding ist auch fertig. Äh, ein... Ich habe hier Cloth. Nee, ein Seil nicht. Also, ich habe hier einen übelsten Bug, ne? Ich kann überall Stämme aufheben. Irgendwas ist hier total schiefgegangen. Das ist doch cool. Machen wir. Machen wir weiter. Ja, aber ich glaube, die... Hä? Das ist ja ein behinderter Bug. Hä, wie lustig das... Ja, ich sehe es ja. Wir haben unendlich Locks, Leute. Ja, dann lassen wir schnell was bauen. Ja, schön ist es nicht, ne? Aber, naja, gut. Wollen wir einen Bug ausnutzen, oder soll ich mal neu einloggen? Ja, ich würde noch einen Lockholder daneben setzen. Ich gehe mal kurz... Ganz ehrlich, ich gehe mal kurz... Ich gehe mal kurz schauen, äh, ob die Stämme, die ich dort am Strand gesehen habe, ob die jetzt vielleicht weniger geworden sind. Dass ich hier die ganze Zeit Stämme aufnehme. Ja. Die können hier liegen. Die sind noch innen, da daneben, ne? Oder davor? Nee, nee, die sind alle noch da. Aber ich kann die spawnen jetzt, ich bin übermächtig. Lockhole da. Soll ich noch einen hinbauen? Ähm, ich baue jetzt mal was aus Locks. Einfach mal so, noch eine Hütte daneben, oder so. Irgendwas, was jetzt nie... Oder ein Hausboot, oder sowas. Oder nur... Das braucht ja auch übelst viel Locks. Ich baue mal... Ja, ich... Ich... Ich mach's einfach mal. Ich find's zwar nicht schön. Kann man das jetzt ins Wasser bauen, oder? Ja, ne? Stimmt. Genau. Naja, ne, ich würde es unter das Wasser bauen, ich... Vielleicht kann man das dann schieben, oder so. Ja, das ist dann... Man kann's nicht fahren, also... Huch. Zumindest ich konnte es damals noch nicht. Ich lade hier gerade übrigens mal wieder das... Jetzt geht's nicht mehr, jetzt geht's nicht mehr. Ach, soll ich dir sagen, woran das liegt? Jetzt seh ich's nämlich. Woran? Du hast die ganze Zeit Holz aus dem Holzding hier rausgenommen. Vom Schlitten? No, vom Schlitten. No, tatsächlich. Und ich hab's nämlich grad eben wieder beladen. Ja, ich hab's grad gesehen. Und das hab ich grad gesehen, wie du's rausgenommen hast. Ach, also kann ich von überall das Zeug aus dem Wagen nehmen. WLAN. Das ist ja cool, ich bin allmächtig. Apropos WLAN, hab ich dir schon von Aftbefehl die geile Verarsche gezeigt? Nee, nee. Ja, dann müssen wir das morgen auf jeden Fall mal nachholen. Ja, das ist übelst geil. Da rappt einer, also wirklich, der imitiert die Stimme von Aftbefehl und das sehr, sehr gut. Dann hat er noch einen übelst lustigen Text halt in dem Stil, so wie er rappt, geschrieben. Das ist so geil. Das musst du dir morgen mal zeigen. Ja. Ist der Paul noch da? Natürlich. Du, Paul, äh, hast du heute schon das Video des Tages gesehen? Mit dem Opa, der ne PS4 zerstört, weil er keine Kekse kriegt. Nee, ich hab nur eins gesehen, wo er dem Opa eben ne PS4 schenkt. Nee, nee, da ist jemand, der rastet völlig aus, weil er keine Kekse zu Weihnachten kriegt. In so ein Opi, ja. Und er zerschnickt dort die halbe Einrichtung der Wohnung deswegen. Sehr lustiges Video. Musste ich definitiv lachen heute, wo ich das gesehen hab. Kann ich verstehen. So, also haben wir uns jetzt darauf geeinigt, hier ein Hausboot zu bauen, ja? Ja. Ja. Äh, was ist denn eigentlich hier das Ding dort daneben? Welches Ding? Äh, neben dem Lagerfeuer, dieses Holzgestell. Was kann ich denn damit machen? Fleisch trocknen. Und das wahrscheinlich... Ja, du hängst dort dein Lurch rein. Ja. Und dann kannst du den dann wieder mitnehmen irgendwann. Den Lurch. Achso, dann ist das dann so trocken Lurch. Trocken Lurch. Der typische Trocken Lurch, den man immer so hat danach. Ey, ganz ehrlich... Hat der denn den? Ich probier jetzt mal das Feuer anzünden. Das kann man nicht mehr anzünden, das Feuer. Weil es im Wasser steht, oder? Guck mal, hier ist doch übelst nass drunter. Hä? Das weiß ich nicht. Bei mir brennt es. Ja, jetzt brennt es bei mir auch. Ich hab's aber nie angezündet. Ich hab's angezündet. Ich raff's nicht. Ich rat jetzt den Lurch. Jetzt siehst du mein Lurch hier hängen? Komm mal näher. Der ist... Also Paul, aus dieser Entfernung nicht. Du bist unsichtbar. Du bist bei mir unsichtbar. Ach nee. Ach, du hängst im Stein. Okay. Ach, was ist denn hier passiert? Leute, alle, die das Video grad sehen. Was war das? Sobald ich ins Feuer reingehe, geht's an. Was? Ja. Bau mal neu jetzt. Aber ganz ehrlich, ging's bei dir auch immer wieder aus? Ja. Oder was? Genau derselbe war. Hä? Das hab ich doch gesagt vorhin. Nee, aber es ist komisch. Es geht einfach unwillkürlich an und aus, wenn ich jetzt... Jetzt ist es an. Das ist so durch den Back mit dem Regen. Das hat, glaube ich, mit dem Regen zu tun, oder? Jetzt wird nämlich der Boden noch wieder trocken. Jetzt geht's vor. Fäng jetzt mal hier meinen Hasen drin auf. Ha. Ja. Fäng doch lieber mal deinen Lurch hin. Die sieht man nie, wa? Du siehst jetzt auch nie meinen Lurch hier drin. Nee, ich seh nur meine drei Hasen dort drin hängen. Das ist natürlich schade. Kann ich gar nicht verlobsen. Ja, aber ich meine, gut, dann... Ja, natürlich, da kannst du... Hier liegen noch Loks im Wasser, Leute. Ich hab nämlich Hunger und nicht mehr zu essen. Gucken, ob ich die irgendwie aufheben kann. Ey, ich glaub, die sind zu tief. Ich glaub, die sind zu tief im Wasser. Können wir nicht tauchen? Ich hab's noch nie rausgefunden. Wie? Alter, hier liegen aber zu übelst viele Loks liegen hier im Wasser. Ja, ja. Das ist schon ganz schön krass. Ey, wie ich seh grad, wir sind... Irgendwie konnte man noch tauchen. Ich mach mal wieder so einen Zwischenschnitt für Folge 2. Macht's gut. Bis gleich. Tschüssi.